Stopp! Meine Damen, im Unterricht ist kein Essen oder Trinken erlaubt. Her damit! Stopp! Hast du Essen an dir? Okay, du kannst reingehen. Gewonnen! Okay, Zeit für den Chemieunterricht. Ich liebe das Experimentieren. Wow, was war das denn? Ich glaube, ich habe die falschen Sachen gewischt. Oh, sieht nicht so gut aus. Oh, hi Brian, ich hatte einen Unfall. Was du nicht sagst. Auf, eggs! Nein, Brian, trink das nicht! Spinnst du? Okay, schau, ich zeige dir mein Geheimnis. Du brauchst einige Reagenzbläser und einen Trichter. Gieß du dann einfach dein Lieblingsgetränk hinein. In so viele, wie du willst und bis ganz nach oben. Fertig, bereit für den Unterricht. Prost! Das ist echt erfrischend. Hm, scheint als würdet ihr beiden fleißig arbeiten. Das sehe ich gerne bei meinen Schülern. Professor, alles okay? Ja, alles in Ordnung. Macht weiter! Okay, schaut jemand? Zeit für einen Snack! Oh nein, diese Tüte weicht laut. Kein Essen im Unterricht, Zoe. Her damit! Alles! Na gut, hier. Alles! Okay, ist ja gut. So, das war dieses Mal alles. Hey, ich zeige dir was. Das sieht wie Kleber aus, oder? Brian, was machst du da? Ich zeige es dir. Zuerst brauchst du eine leere Flasche Kleber. Dann nimmst du den Deckel ab. Jetzt kannst du es mit leckerem Dessert-Topping füllen. Verschließe es dann wieder. Und fertig! Willst du mal probieren? Wow, das ist echt gut! Hey, Schätzchen, Küsschen! Okay, äh, wo ist mein Läppchen? Ich brauche einen Snack, bevor der Unterricht startet. Und das heißt kein Essen im Klassenzimmer. Hey, was habe ich gerade gesagt? Essen ist nicht erlaubt. Schau sie dir an. Sie soll das alles verschwenden wie unfair. Keine Sorge, Schätzchen, ich werde dich retten. Zieh die hier wieder an und bereite dich auf etwas Magie vor. Perfekt! Jetzt lehne dich zurück. Zuerst verwende ich das hier. Ich mache eine schöne Linie um den Rahmen. Komplett herum! Wow, gute Arbeit! Oh mein Gott! Ja, halte deine Augen festgeschlossen. Wir brauchen viele Streusel, mein Schatz. Schüttel es nun ab! Voila, deine Brille ist ein essbares Kunstwerk. Ja, du siehst fabelhaft aus, genau wie ich. Kann ich ein Foto machen? Zeit, diese essbare Brille zu probieren. Oh, so lecker! Vergessen Sie nicht, ein Foto von ihr zu machen. Oh, äh, sicher. So! Setz dieses Gestell in Szene, Schatzi! Und das ist ein wichtiger Fakt über die Weltgeschichte. Oh, mein Magenknot. Willst du uns irgendetwas mitteilen, Zoe? Hey, woran kommt Brian denn da? Hey, wenn du Snacks hast, dann teile sie gefälligst mit mir. Mach keine Witze, das sind doch keine Snacks. Nein, ernsthaft, beiß mal ab. Wenn du das sagst. Wow, es ist ein Snack. Ich werde dir zeigen, wie ich das gemacht habe. Zuerst brauchst du einen Plastikbecher. Dann bindest du einen Haufen Plastikstrohhalme zusammen. Perfekt! Drücke diesen Ton an die Unterseite der Strohhalme. So bleiben sie am Boden des Bechers stehen. Zeit für die Gelatine! Gieße sie einfach vorsichtig in die Strohhalme. Verschiedene Farben machen es glaubwürdiger. Wenn sie alle voll sind, lassen wir sie trocknen. Wenn alles fertig ist, sehen sie aus wie Wachsmalzstifte. Schau dir all diese Farben an. Gib einfach etwas Papier herum, lege sie in die Schachtel und niemand wird etwas erfahren. Die Wachsmalzstifte sind echt lecker. Warum all diese Aufregung hier? Was ist das in deinen Händen, Brian? Äh, ein Wachsmalzstift? Nun, okay, zurück zum antiken Griechenland. Ich habe auch Hunger. Ich schätze, ich kann meine Wachsmalzstifte auch essen. Okay, grün, ich hoffe, du bist lecker. Au, überhaupt nicht lecker. Okay, niemand schaut. Zeit für ein paar Snacks. Ja, das wird echt lecker. Ich kann all das Essen sehen. Was war das? Muss ich mir nur eingebildet haben. Ich esse das Gelbe zuerst. Okay, ich habe echt das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Meine Fantasie spielt mir wohl heute einen Streich. In meinen Mund mit dir. So saftig. Ha, ich habe dich auf frischer Tat ertappt. Die gehören mir. Oh, all meine Süßigkeiten. Ich wünschte, ich könnte einfach diesen Stift essen oder so. Moment mal, da kommt mir eine Idee. Ich breite einfach diese Süßigkeit hier aus und viertel sie. Okay, dann nehme ich einen Teil und lege ihn hier hin. Als nächstes stable ich die anderen auf den ersten Teil. Ich drücke diesen Stab hier in der Mitte herunter. Und wenn ich fertig bin, beginne ich zu rollen. Das macht Spaß. Jetzt, wo alles aufgerollt ist, brauche ich das Messer wieder. Ich schneide es direkt in der Mitte durch. Es sieht aus wie eine Rose. Ich öffne einfach ein paar dieser Blüten und stecke sie an ihren Platz auf den Radiergummi meines Stifts. Fertig. Bereit, um im Unterricht genascht zu werden. Ich knabber einfach ein bisschen daran. So lecker. Jetzt werde ich nie wieder hungrig sein. Okay, du kennst die Regeln. Her mit dem Essen. Die Nächste. Betteln hilft nichts. Her damit. Oh nein, er nimmt wieder allen das Essen weg. Hat er schon alle durch? Komm nicht rein! Aber ich habe all diese leckeren Snacks bei mir. Was mache ich jetzt? Moment mal, ich glaube, das wird funktionieren. Okay, Zeit, meinen Pulli auszuziehen. Aber nicht komplett. Nur die Ärmel. Und jetzt ziehe ich meinen Rucksack vorne auf. Ein Marshmallow hier. Und hier noch einer. Perfekt! Jetzt verdecke ich meinen Rucksack. Es sieht einfach so aus, als hätte ich etwas zugenommen. Clever! Okay, lass mich mal sehen, ob du Essen bei dir trägst. Hm, Arme hoch, bitte. Okay, sieht gut aus. Setz dich hin. Was ist mit dir passiert? Wie hast du so viel zugenommen? Das ist doch kein Gewicht. Es ist mein Rucksack voller Snacks. Was? Das ist genial. Nun, wenn ihr versucht, die Zahl herauszubekommen, dann müsst ihr euch diese Gleichung merken. Scheint so, als würden alle aufpassen. Und jetzt? Ich glaube nicht. Habt euch! Nun, okay. Zurück zur Mathe. Hm, okay. Ich prüfe besser meine Perspektive. Du weißt doch, kein Essen im Studio. Hm, interessante Perspektive. Gute Arbeit, Brian. Oh. Oh, ich habe eine geniale Idee. Ich nehme diese Farben und spüle sie aus. Dann fülle ich sie mit meinem liebsten flüssigen Snack. Jetzt gebe ich etwas Lebensmittelfarbe hinzu, damit es wie Farbe aussieht. Zeit, alles zu vermischen. Perfekt. Jetzt sehen sie wie Farbe aus. Zeit, sich wieder der Kunst zu widmen. Hm. Prost. Oh, wie schrecklich. Hast du gerade Farbe getrunken? Hm. Willst du welche? Ihhh, natürlich nicht. Hm. Ich frage mich, ob das schmeckt. Ihhh, ekelhaft. Das ist echt grausam. Hast du jemals Essen ins Klassenzimmer geschmuggelt? Verrate es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere die 123GOBOYS YouTube-Seite für weitere tolle Videos. Ich frage mich, die 3 hier bis zum masih frei. Mal draw Wir gehen